Hallo, ihr seht den Freunde fürs Leben, Bartalk Teil 4, immer noch wieder mit Stefanie Giesinger. Und natürlich Markus Kafka. Jetzt kommen wir zum Gesichtsgymnastik-Spielchen. Du kriegst von mir einen Begriff und dann machst du dir ein Gesicht dazu. Ich freue mich. Super, dass du sagst, ich freue mich, weil dann hätten wir fast nehmen können, so als ersten Gesichtsausdruck, weil der erste Ausdruck ist freudig. Passt doch, oder? Ich bin doch freudig. Ich war die ganze Zeit freudig. Wirklich? Ja, wirklich. Direkt danach müsst ihr dann zufrieden kommen. Das ist doch sehr zufrieden, oder? Voll. Jetzt pass auf. Gestresst. Gestresst. Okay, gestresst ist auf jeden Fall... Oh, keine Zeit, alles zu viel, oh Gott. Schauspielkunst? Schauspielkunst. Jetzt darfst du mal gucken, als wärst du traurig. Traurig hat sehr viele Facetten. Ist das traurig? Ja. Angespannt? Tu sich so ein bisschen angespannt aus, muss ich sagen. Damit ich so sitzen kann, wie ich sitze? Ja. Machst du vollkommen recht. Ertappt. Enttäuscht? Enttäuscht. Danke. Ich bin enttäuscht. Jetzt darfst du lachen. Hahaha. Euphorisch? Euphorisch. Ich schaue sehr positiv in die Zukunft. Ich bin super euphorisch. Ist das schon euphorisch, oder brauchst du noch mehr Euphorie? Noch mehr Euphorie? You got it. Letzter Gesichtsgymnastik-Punkt wäre, wie siehst du aus, wenn du fasziniert bist? Fasziniert? Wow. Wow. Sehr gut. Hast es geschafft. Yay. Dankeschön. Vielen Dank, Stephanie Giesinger. Vielen Dank an euch fürs Zugucken. Der Freund für's Leben, Bartok. Danke. Dankeschön. Danke. Jetzt habe ich dir tausendmal reingeredet. Danke, danke. Danke, danke, danke. Super. Voll toll. Dankeschön. Danke, danke. 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 Danke, danke.